Meine Fresse brauche ich nicht drauf. Deine Fresse mache ich nicht drauf. Du kriegst keine Klicks. Vielleicht kriegst du so viele Klicks in der Fläche. Peugeot, wie heißt der? Elista. Es ist auch TSTI, oder? Da steht es drauf. Aber nicht der gleiche Block wie... Ne, der hat einen Luftgekühlten Motor. Aber nicht der gleiche Block wie der Jetfaus. Aber der ist mit Kickstarter. Mit Kickstarter? Krass. Wenn die Einspritzer was hätten, wäre Hammer. Im Winter hätte ich schon kein Problem. Aber die schluckgekühlte Variante. Ich habe gedacht das wäre ein gleicher Motor wie beim Jetforce TSTI. Das ist ein Volkeroschmotor. Ich glaube die Einspritzanlagen von Peugeot sind noch schlechter als die von damals vom DTIC. Ja. Mach mal an die Kiste. Nochmal pumpen. Ohhhh. Ein Schlag nach einem Monat geht an gleich. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Das gibt's die Bayern. Untertitelung. BR 2018